Wir haben die Föderationsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Tauern ab. 50 Meter. Sauerstoffniveau sieht gut aus. Scarecrow startet die Uhr. Die Abstandstelle ist fünf Kilometer entfernt. Nicht zu weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Sie nutzen seine Hand. Ruhig! Beweg dich langsam und bleib am Boden. Die Pflanzen sollten unsere Signatur verschleiern. Sekretär. Bodenpatrouille. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis sie sich trennen. Okay. Warte geht's, aber schön unten bleiben. In Position. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer zwei oder drei Treffer. Feuerfreigabe. Gut gemacht. Los durchs Wrack, damit wir in Deckung bleiben. Und halb Abstand von der Oberfläche. Wir brauchen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Lass uns haben. Bleib unten. Bleib unten. Bleib unten. Halt! Wex! Bäh! 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 Aby. Bäh! 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 Das war knapp. Hier lang. Scheiße, sie sind überall. Scarecrow, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie behalten Teile der Schiffswachs. In den Schiffen könnten immer noch Baffen und Nuklearteile sein. Sie geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle vier. Wir schalten sie auf dein Zeichen aus. Feuer frei! Sicher. Vorrat. Scarecrow, hier ist 6-2. Sie sind beisammen von Bravo und zähle nicht in Sicht. Das Ziel ist in Bewegung. Müsst euch beeilen, sonst ist eure Chance dahin. Kontakt. Sie scheinen zu haben, was Sie wollen. Suche eine gute Position zum Flakieren. Feuerfreigabe. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Scarecrow, hier ist ein Schiff. Aufhalten. Sie werden erledigt. Ja, ich sicher. Mir nah. Da scheint dein Weg durch diese Container zu sein. Okay, kontrollier deinen Sauerstoff. Wir gehen unten durch die Höhle. In Ordnung. Wir gehen weiter runter. Behalte den tiefen Messer im Auge. Da ist es. Wir haben das Ziel und Visier. Startladen von Kursen. Wir empfangen starke Sonarwellen in eurem Bereich. Dieser Wasserdruck könnte tödlich aufstehen. Wir müssen weitere Auswirkungen haben. Halte die Flaschen oben und den Kopf unten. Nein. Nein. Ja. Verwägung. Los Entdeckung. Scarecrow. Verfolge das Ziel. Können aber nicht angreifen. Verstanden zu uns. Zieht euch Support zurück. Negativ, negativ. Wir suchen einen anderen Weg. Verwägung. Rein in die Leuchttung. Los! Da ist es! Achte auf mich! Okay, Protoss-Rakete ist online. Wir haben nur einen Versuch, das Schiff zu stoppen. Ich hechte sie aus. Du leinst sie! Folgen! Klasse, du hast es! Oh Scheiße! Bescheiden! Scarecrow. Wir sind mit mir, Logan. Alles okay? Bleib bei mir. Wir holen dich da raus. Alles okay. Was zum... Weg! Komm! Verschwinden wir! Scarecrow! Hier ist 6-2! Das Ziel wurde neutralisiert! Fahre in Zweikannstrasse auf! Verstanden, 6-2. Habt ihr ganz schön aufgeschreckt. Sorgt nur dafür, dass die Völker herkommen! 6-2 Ende! 6-2. Mehr Taucher! Aufschärten! Zieh raus, Geschadet! Ja! Los, los! Ziele! Ziele aufgeschreckt! Ziele! Ziele ausgeschreckt! Ziel ausgeschreckt! Okay. Wer ist verwendet? Wer ist verwendet? Sie brachen Wasserbomben, ab! Entrenge mit der Schöner! Hier, los, los! Langsam! Hier sollten wir sicher sein! Halt nur die Augen offen! War ich sicher? Kein Kontakt! Oh Scheiße! Ruhig! Wenn du sie siehst, ist das ein gutes Zeichen! Hoffentlich haben sie keinen Hummel mehr! Sekunde! Das sieht nicht gut aus! Wir müssen nacheinander ein! Ich geh vor! Bleib hier und gib mir Deckung! Okay, jetzt go! Denk dran! Langsam und auf Abstand bleiben! Versuche ihre Bewegung vor auszuhören! Beeilung! Sie kommen zurück! Los jetzt! Bleib weg von den Fenster! Durch die Lunge! Los! Durch die Lunge! Los! Schlaf! Die Lunge! Der Lunge! Der Lunge! Der Lunge! Scarecrow! Hier ist 6-2! Nähen uns Sammelfunkte Echo! Alles bereit für Phase 2. Verstanden, 6-2. Schön von euch zu hören. Wem sagst du das? Die Vögel sind jetzt startklar. Am grünes Licht für Phase 2. Verstanden. 6-2 Ende.